So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spontan-Stream. Ähm, ich muss noch kurz hier einstellen, alles. Ähm, bitte bleib, zu trinken gab es schon hier. Kann losgehen, hat Zocker geschrieben. Ja, es geht jetzt los. So, ähm, wir spielen heute ein bisschen Fassmo wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob schon jemand da ist, der schon Bock hat. Aber, ähm, es gab ein Update, es gab ein geiles Update. Es gab ein Update, das... Moment mal. Wieso habe ich keine Anzeige bei Twitch? Was ist los? Twitch ist schon wieder ein bisschen am Rumbacken. Jetzt habe ich eine Anzeige bei Twitch. Dankeschön. Ähm, es gab ein geiles Update. Die Geister sind ein bisschen intensiver. Ähm, die Geister können jetzt auch Türen öffnen, beziehungsweise wenn sie durch eine Tür gehen, dann öffnen sie diese Tür auch wirklich. Wenn sie auf der Jagd sind, kannst du die Tür auch jetzt zuhalten. Auch geil. Ähm, der Geist merkt sich auch ein bisschen den Weg, den man gegangen ist. Also, der verfolgt einen wesentlich effizienter. Es gibt so einige Sachen, die das Ganze viel atmosphärischer, wo die jetzt machen. Und, ja, ich bin gespannt. Ich muss noch ganz kurz hier, warte mal, bei Twitch noch... Fass mal umschalten. Ich habe ja, ich habe ja Lust, ne? Ähm... Ich hoffe immer noch, dass ich so... meinen Jumpscare abbekomme. Die anderen sind noch nicht da. Warte mal, ich guck mal. Wir sind natürlich immer noch in der Beta. Ähm... Nee, die anderen sind noch nicht da. Das heißt, ich würde mal eine Runde Solo spielen. Ich denke schon. Ähm... Wählenjob. Man soll ja jetzt sogar die Schwierigkeit selber wählen können. Man kann es echt wählen! Okay, das ist natürlich geil. Auch nice. Wann ist der angegangen? Richtig, random. Gerade eben, gerade eben gestartet. Warte. Das sagt mir gerade, dass der gute Zocker nämlich mitspielen will. Das habe ich sofort erkannt, ja. Am Starten von Fassmo. So. Also sind wir doch nicht allein. Das heißt, der gute Zocker ist gleich von Anfang an mit dabei. Das ist natürlich jetzt geil, ne? Jetzt können wir alles so spielen, wie man will. Auf Profi... Ich kenne doch nicht schon. Will Neko-Girl. Hi. Hi, hi. Zocker, bist du da? Ich war zu voreilig. Zocker ist noch nicht da. Okay. Ähm... Es gibt noch ein bisschen was anderes Neues im Update. Gucken wir uns alles heute zusammen an. Hallo. Hallo. Hi. Hallöchen. Hi. Ab jetzt ist doch schon wohl ein bisschen länger draußen. Man kann die Schwierigkeiten einstellen. Welche Schwierigkeiten wollen wir mal? Anfänger, Fortgeschritten, Profi? Profi natürlich. Ich muss doch mal ein Level vollkriegen. Okay. Hier machen wir das auf Profi. Okay. Hinzufügen. Ähm... Seid die Pülen sind schon voll. Okay. Hast du starke Taschellampe mit reingetan bei dir? Eigentlich müsste ich welche Trinktonner machen. Okay. Ja, das stimmt. Ja. Dann, ready for fighting. Ich bin gespannt. Die Geister sollen richtig böse geworden sein, ne? Die soll... ...schon knackiger geworden sein. Oh... Hoffentlich... Also wenn wir jetzt so im Stuhl stehen und auf einem zu reden, das stimmt, wäre schön geil. Dann schreie ich. Ich warte nur drauf, dass du in so ein Haus reingehst. Und vorne an... an so eine Ecke siehst du so eine Hand, die dann so weggeht. Mit so übslangen Fingernägeln, so. Äh, so bin ich... Da bin ich raus. Da bin ich komplett raus. Ich warte... Dann schreie ich. Ich warte nur noch auf den Moment, wo mir so ein Monster hinterher rinnt und dann... äh, so ein Ghostbusters-Moment jetzt. Ja. Oh Gott. Also wenn... wenn der irgendwann macht, dass die... dass die Geräusche machen, während die jagen. So kreischen oder so. Oh... Oh, dann hab ich... Oh, dann hab ich... Ja, äh... Ach, keine Ahnung. Conjuring oder so. Das gibt ja tausend Filme von denen, wo die einfach so richtig stumpf im Flur steht und die anstarrt. Und dann einfach weitergeht. Das ist so. Also... Er kann noch ein paar geile Momente mit reinbringen, so. Aber mal gucken. Mal gucken, was er jetzt gemacht hat. Bist du ready? Jo. Dann lass uns fighten. Ach. Die anderen kommen erst um 19 Uhr rum. Ich weiß nicht, wann ein Blub kommt der wohl noch wissen. Oh, bitte, dass das Update gut soll. Bitte, lass uns auf die Gutschein. Ich hab so Bock auf dieses Update. Okay. Tag. Los geht's. Was ging? Hast du eine SSD? Äh, ich doch nicht. Hast du eine SSD? So, warte, 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 warte. Ich fasse mal kurz auf eine... Auf eine HDB. Okay, ähm, Geist reagiert auf Einzelpersonen und Gruppen. Ich dachte, das hat er rausgenommen. Was hast denn du mit? Hast du... Du hast EMF mit? Kamera... Kopfkamera... Dann nehm ich noch das Buch gleich erstmal mit. Okay. Ich hab ein Thermometer und Buch. Ja, ich hab... Ja, ich muss mit EMS gehen. Ich hab den Thermometer anscheinend vergessen. Oder das ist bei der letzten... Beim liebsten Tod aufgegangen. Es ist wohl... Es ist wohl jetzt auch so... Je mehr wir labern, umso mehr merkt er sich quasi unsere Position und alles. Und wenn wir dann halt irgendwann... Ja, das war das selbe. Wir... Wir landen das aber ohne. Wir sind landresistent, was das angeht, oder? Wir... Wir... Wir standen schon zu viert an der Türe. Ja, das war auch schon unheilistisch. Wir standen schon zu viert an der Türe und keiner hat den Schlüssel mitgenommen. Man kann halt auch den Schlüssel aufheben, wenn man den Schlüssel äh... Ne, man kann... Man kann die Tür aufmachen, wenn jemand anders den Schlüssel hat. Das ist mal irritiert. Das Geile ist aber, wir laufen zu viert hin, vergessen den Schlüssel zu viert. Was machen wir? Wir laufen zu viert zurück, um den Schlüssel zu holen. Das geht auch so doof. So. Ich hab den Namen schon wieder vergessen, aber ist ja auch Proof. Und sie hat den Glas gefunden. Sie hat instant das Licht ausgemacht und ich hab... Du hast das Licht angemacht? Ähm... Sie hat instant das Licht ausgemacht hinter mir. Hat den Hauptschalter gezogen und ich hab ne Tür gehört. Alter, das geht ja richtig... Ne, 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 das kommt von oben. Guck mal mit. Das geht ja richtig intens los. Ja, sie hat instant das Licht ausgemacht. Sie hat instant das Licht ausgemacht. Holy shit. Okay. Hier, hier, hier. Wo bist du? Hallo? Ich glaube hier, oder? Die ist hier im Flur. Sie hat die Tür aufgemacht hier. Wenn ich geh mal weiter. Hier, die ist, die ist hier... Ist wieder so ein Flohrgeist. Oh Gott, Hilfe, ich hatte kein Standbild. Lass mich hier nicht alleine jetzt, bitte. Mach nicht sowas. Das ist aber bestimmt wieder irgend so ein Zimmer, oder? Das ist aber bestimmt wieder nicht der Flur. Ich will die Ouija-Bretter. Nein. Wir müssen eine Tür-Party machen. Wie letztes Mal. Es soll wohl irgendwie so sein, dass Spieler, wenn sie tot sind, die Ouija-Bretter beeinflussen können. Das wird richtig krass. Das wollte ich letztens machen. Da hab ich mit, äh, Freunden gespielt. Hä? Dann waren, äh, wir beide tot und wir wollten dann über die Geisterbox mit dem reden. Hat aber leider nicht funktioniert. Das wäre ja geil, wenn das jetzt funktioniert. Ich hab, ich hab Angst, was zu sagen, ne? Das geht natürlich irgendwie so richtig intens los. Der macht Licht-instant aus. Man hört ihn sofort. Ich hab ein bisschen... Also, ich hab keine Minustemperaturen. Wo hast du den EMF-Ausschlag? Er hat, er hat, er hat, er hat was umgeschmissen. Er hat irgendwas umgeschmissen. Er hat irgendwas umgeschmissen gerade. Ich hab's gehört. War hier, 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 hier. Doch, es ist hier. Es ist hier. Ich schmeiß mal das Buch da hin. Was hat er umgeschmissen? Er hat hier irgendwas umgeschmissen. Er ist definitiv hier in dem Raum. Schreib bitte etwas in das Buch. Kannst du schreiben? Wenn ich mich jetzt in der Ecke vom... Wie bitte? Wenn ich mich aufs Bett stellen, schade. Wenn ich jetzt in der Ecke vom Raum gehe, stelle ich das dann auch als... ...interaktion, wenn ich die fotografiert habe. Dann eigentlich so, ne? Weil ich hab's ja dann im Bild. Ja, Fingerabdruck. Ich hab Fingerabdruck gefotografiert. Echt? Okay, cool. Der Bucket... Ja, gut, dann... Dann können wir ja im Buch ja Fingerabdruck reintun. Also jetzt... Ja. Ich guck mal, dass ich noch Zeug hole. Ja. Ich hole ne Ob-Kamera. Ja. Ja, okay. Es ist wohl auch so, bei der Jagd... Dieses Geräusch vom Walkie-Talkie zählt wohl jetzt auch. Das triggert ihn auch. Wir haben Instant... Wir haben Instant EMF 5. Ja, er war gerade auf 10. Ich bin raus. Oh Gott, ich... Oh! 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 Geisterbox ist nicht mehr. Geisterorb ist auch nicht mehr. Geisterorb ist auch nicht mehr. Das Buch. Oder Gefrierertemperaturen. Ich tippe auf Buch. Alles okay? Was los? Kaum alleine da drin kriegt man schon Panik des Todes. Das ist aber auch schlimm geworden, ey. Ich hab das lange nicht gespielt, aber es macht halt echt Bock, ne? Okay, also... Ich weiß nicht, ob ich Analyse mal alleine schaffe. Buch oder Gefrierertemperaturen? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist so dumm. Wir sind echt getroppt, ne? Ja, Buch ist oben. Ja, ich nehm mal Sanity. Nimm du lieber auch mal. Safety first. Ich nehm noch eine Kamera mit. Für den Fall, dass es ein Foto gibt. Gefrierertemperaturen. Wir haben eigentlich alles oben, ne? Ich kenne mir vor, das steht irgendwann am Fenster und guckst uns einfach an. Alter! Das will er einbauen, ne? Dass die auch immer am Fenster stehen und uns... Alter, dann schreie ich. Wenn er ums Licht an ist und er steht da. Oh! Lauf! Alter, hör auf! Loll! Das ist auch neu! Flackern wir bei der Taschenlampe? Es war doch immer so, dass wenn man... Wenn der gejagt hat und man die Taschenlampe ausgemacht hat, war das für den anderen Spieler nicht sichtbar. Für mich waren eure Taschenlampen immer an. Also ich hab das nur bei meiner gesehen, dass die flackert. Jetzt seh ich aber eure auch flackern. Ja? Ja. Guck mal hier. Nein, das war doch davor auch immer. Eigentlich nicht. Nee, das war doch davor auch immer. Ich hab nur meine eigene gesehen, wenn sie flackert. Aber das hat mich nie... Hab ich das... Ich dachte, ich konnte eure nicht sehen. Ich bin grad echt ein bisschen lost. Ja, aber das ist wieder dieses typische Syndro, wenn es Update gibt und man denkt, dann Sachen, die man davor nicht gesehen hat, auf einmal da sind. Hast du... Du hast ins Buch geschrieben. Du bist... Ja, du hast da weggekickt. Hast du gut gemacht. Wir sind hier fertig. Kommst du? Ja, tschüss. 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 Mach's gut. Have fun. Vielleicht noch eins zu jagen. Äh... Nee, wir haben... Nee, wir haben Sanity genommen. Das ist ein Revenant gewesen. Also ich glaub ich geh nach meine... Okay, vielleicht gibt's ja eine Ouija-Brette. Oh Gott, da steht ein Teddybär nicht. Ich will nicht weitergehen. Wo... Wo steht ein Teddybär? Steht einfach... Mitten im Flur. LOL. Der stand vor uns noch nicht da. Ich schwöre, der stand vor uns noch nicht da. Okay. Ich bin raus. Ich hab doch grad noch in den Gang geguckt. Der stand nicht da. Ach du Scheiße. So, was muss jetzt? Wir haben das Buch, ne? Es ist ein Revenant. Okay. Es war die schnelle erste Runde. Kann man machen? Die Taschenlampe konnte man schon immer sehen. Das, was du meinst, sind diese kleinen Dinger auf der Schulter. Das ist ja die Taschenlampe. Sobald du was in der Hand hast, setzt du das hier auf die Schulter. Okay. Dann hab ich das echt nicht gemerkt. Ich glaub, die Taschenlampe sind jetzt besser, wenn nur einer eine Taschenlampe hat, dass der Typ, der keine Taschenlampe hat, trotzdem mag, sieht. Okay. Das wär natürlich auch cool, ne? Okay. Hast du eingetragen? Erste Mission. Easy. Ey, da hat er noch einen neuen Geist eingebaut. Äh, es gibt... Ähm, nein. Die haben ja Events gemacht, um neue Geister optisch zu finden, quasi. Also Leute haben quasi ihre Ideen von Geistern gemalt. Da gibt's ein paar, ne? Oh, wenn die reinkommen, Alter, das wird richtig widerlich. Wenn er die umsetzt, ne? Ob dieser Halloween, äh, Hybels, äh, Geist so echt war? Glaub ich nicht. Das war ein Fanart. Job, äh, Streethouse. Ja, wär cool gewesen. Streethouse, aber dass man's einstellen kann, die Schwierigkeit, ist halt insane. So, für Asylung geh ich jetzt nicht? Nein, gehen wir auch nicht. Man muss nicht mehr warten, dass man irgendwie gute, gute Sachen bekommt, so. Man kann halt instant einfach wählen, sag wählen, ich bin jetzt auch Profi, fertig. Oh, das ist halt echt gut, ne? Aber zwitschend tut man immer noch. Hast du grad gequitscht bei dir? Hab ich grad gequitscht bei dir, oder was? Ich stehe hart verloren. Oh Gott. Okay, äh, er geht auf Gruppen. Ah, mal gucken. Ach, das Haus, ja. Gehst du in den Keller? Ich will nicht in den Keller. Ich hasse diesen Keller in dem Haus. Robert Miller! Robert Miller! Robert Miller! Robby! Ist schon wieder! Instant aus! Ich mach mal die Sicherung an, ne? Ja, mach mal bitte. Das ist so ein Staubsaugergeist, die saufen die Kette runter. Halleluja. Vielleicht ist er verwandt mit Robby Williams. So, der kleine Bruder quasi, so weißt du? Weiß ja nicht. Kann er sein? Okay, dich das jetzt angegangen. Ja! Super! Oh Gott, er ist hier unten! Oh Gott, er ist hier unten! Oh Gott! Oh nö! Kellergeist! Echt jetzt? Ja, hier! Warte, ist... Ähm... Ist da Temperatur? Indy, hi! Ist da Temperatur oder ist da keine Temperatur? Na doch! 8 Grad! Okay, es ist... Oh nein, es ist ein Kellergeist! Ach nö! Warte, ich schmeiß das Buch hier rein! Es ist ein Kellergeist! Es ist ein Kellergeist! Es ist direkt hier, oder was? Warte, hier! Es ist direkt hier, oder was? Okay! Schreib mir das Buch! Oh! Oh! Nein, nein, nein! Das ist ein Kellergeist! Nein, 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 nein! Ich muss los! Ich geh zeitig essen! Mit Tag und Mittag sagt die Sicherung jetzt standard... Ach so, auf Profi ist die Sicherung abgeschaltet von Anfang an! Oh, das ist ja auch geil! Ach so! So, ich... Oh, scheiße, wir haben das Ding nicht mit... Okay, ähm, ich nehme eine Obkamera mit... Obwohl, jetzt hätte ich das Ding nur mit toten lassen können! Äh... Sanity sieht noch okay aus! Ich packe mal die... Oh, Kamera da rein! Ja, ich will das noch intensiver haben! Es können ruhig auch so ein paar Jumpscares halt aufkreuzen! Einfach mal so, bevor die es spawnt, oder so! Klar erschreckt man sich, aber darauf kommt es ja an! So ein Gesicht! Ja, ja, ja! So ein Gesicht aus der Wand! Ähm, ich sa... Ah, das Buch weggekickt, oder? Ne, das liegt hier noch! Minus ein Crack, wir haben gedreht... Geil! Gefrierte Temperaturen! Die hast du aufgemacht hier, ne? Äh, ja, die hab ich aufgemacht! Okay! Äh, gefrierte Temperaturen! Ja! Mach die an! Ah! Wart auf mich! Okay! Okay, Hochkamera steht drin! Oh Gott, ich hab... Ach! Ich hab Schatten! Entschuldigung! Ich bin auch leicht angespannt! Ich weiß auch nicht warum! Ich luk mich und dein Schatten wird immer größer! Äh, Gefriert Temperaturen, ne? Der erste Hinweis! Ja! Nimmst du EMF nämlich! Nimm EMF Friedern! War das auf Gruppe oder nicht auf Gruppe? Der reagiert auf Gruppen! Okay, dann nehm ich, äh, die Box gleich mal mit! Hm! So'n Hund wie bei Scooby-Doo wär gern... Warte mal, ich guck noch nach Orbs! Ist es... Ist es der Vorraum vom Keller oder der Keller an sich? Der Vorraum! Zählt das nicht das eine Raum? Ich würd sagen, es ist so ne Art... So ne Art Flur... äh, so ne... So ne Flur mit nur einer Tür! Es ist halt... Die Frage ist halt, wenn der den Raum zusammengefasst hat, zählt der Keller dort drüben mit dazu! Da könnten dort die Orbs sein! Das kann ja nur in einem Raum sein! Ja, wenn der aber als Raum zusammengefasst wurde, bei den Stellen quasi... Dass der Vorraum und der Keller... Ich denk mal, dass der... Ich denk mal, dass der... Das ist halt... äh, ich weiß es nicht! Ja, okay, lass mal gucken! Ich denk mal, dass das ein ganzer Raum ist! Glaub ich, dass der das nicht gemacht hat und das er extern gemacht hat! Ich kann, äh... Ich kann das kontrollieren mit dem Thermometer, wenn... Hast du grad... Alter! Ja! Ich... Ich... Ich seh so Flache und denk mir so... Ich... Ich... Ich war's eh draußen! Das ist egal! Ich hab... Vielleicht hier hinter mir... Vielleicht hat er was eingebaut, das immer hinter dir draußen steht oder so... Im LKW! Also, wer... Wer das macht, wird's echt bitter, ne? Oh! Ist das gehört? Oh! 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 Alles gut! Ähm... Oh! 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 Ich hab das umgestellt! Oh! Bin lost! Ich hab mich gelegt! Der Gegli! Oh! Kannst du mit dem Thermometer... Hast du einen Thermometer? Kannst du mal in den Raum hier reingucken, ob der hier vielleicht drin ist? Wo bist du? Oh! Oh Gott! Alter! Wenn ich frage, wo bist du, kannst du nicht... Wuuuuh! Machen bitte! Bist du hier bei uns? Gib mir ein Zeichen! Ist das Interaktion? Ja! Es gilt als Interaktion! Cool! Der ist hier drin, glaube ich! Ist hier... Ist hier kalt? Ja, hier ist kalt! Ja, hier ist kalt! Ja, dann müssen wir die Obkamera nämlich umsetzen! Kannst du die, äh... Da reinsetzen? Versteht in der Äcker? Die steht auch auf dem Schrank... Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wann? Kann man dir den Faden klacken? Nee, du kannst mich ja oben drauf setzen auf das Ding... Auf dem Tän... Oder rein... Oh! Sollen wir gehen? Nein! Alter! Kannst du doch nicht auf ruckartige Geräusche machen, bitte! Was? Ah... Ich geh mal kurz nach oben, wir kommen gleich wieder! Nein, nein, nein! Oh! Bin doch hier, alles gut! Bin hier, alles gut, bin hier! Ich krieg sie nicht in die Stärkung! Ich krieg sie nicht in die Stärkung! EMF... 3! Hab'n Foto gemacht! Ich krieg sie hier nicht rein! Ähm... Andere Seite vielleicht... Da, ran! Ja, passt schon! Ja, passt schon! Ist die... Ist die... Ist die... Du bist... Ich krieg sie nicht in die Stärkung! Du bist... Ich krieg sie nicht in die Stärkung! Ich krieg sie nicht in die Stärkung! Okay. Das war schon wieder so ein bisschen, ne? Hätte ich meine Augen noch größer gemacht, hätte ich glaube ich rausgefallen. Wir sind bei 30 Prozent. Wieso hat er uns so krass gesendet? Schittische Situation. Wir haben keinen anderen Hinweis, ne? Warte mal, die Kamera steht. Ist da ein Ohr? Hast du deine Tür festgehalten? Nein, ich habe mich in die Ecke gehockt. Indy hat irgendwie gesagt, dass man die Tür festhalten kann und der kommt dann nicht rein. Der macht jetzt, wenn der reinkommt, wirklich die Tür auf. Also wenn der irgendwo durchgeht, macht er wirklich die Tür auf jetzt. Kann man die Tür auch abschließen? Nein, du kannst sie aber zuhalten. Aber das klappt halt nicht immer. Also der ruckt dann übelst dran. Wenn du da einen Moment nicht richtig klickst mit der Maus oder irgendwas, dann... Oh Gott, ist das ekelhaft. Warte mal. Da war glaube ich was. Da war glaube ich was zwischen den Regalen da hinten. Ist doch, ist richtig doof der Raum jetzt. Auf einmal da waren früher nicht so viele Regale drin. Gerade hin. Du hast doch dieses Fliegenfanggedöns. Unten drunter? Links? In diesem kleinen Lücke, die da ist, in diesem Schlitz. Da, ich schwöre, da hat es gar was bewegt. Ja, ja. Obst, ich habe es gesehen. Wir haben Obst. Oh. Ich bin vor der Rente um die Tür. Okay, dann kannst du noch ein Phantom. Und steht da vor der Kamera und start dann einfach da rein. Alter, das ist richtig creepy. Also, EMF5 wäre ein Phantom. Die Box wäre ein Mare. EMS ist unten, dann nehme ich die Box mit. Ein Buch wäre ein Jurai. Warte mal. Wir haben übelst viel Sanity abgezogen bekommen. Welcher Geist war das? Ich glaube, ich esse gleich beides. Jurais haben einen stärkeren Einfluss auf den Geistzustand von Menschen. Ich würde auf Jurai tippen. Willst du gambeln? Nee. Wir können auch mal reingehen. Aber ich tue noch ein zweites Buch reinschmeißen. Nachdem ich Sanity-Film genommen habe. Ich tue das zweite Buch in das andere, in die andere. Oh Leute. Ich glaube, ich habe die schon gegessen. Was hast du gegessen? Wett in Nähe. Ein Gehirn hat sich durch das ganze Antronalin aufgelöst. Wow. Ich glaube, ich zocke auch nochmal nachher das Game. Wenig Sanity ist auch ein Indiz. Naja, natürlich. Das ist es halt. Lass mal... Ich lege das Buch unten rein. Wir gucken. Also ich tippe auf Jurai wegen der Sanity. Okay. Das geht schon wieder gut los. Gerade noch der Halbnis kriege. Ja, ja, ja. Ich mache mir die Hose vor. Aber guck mal, für eine zweite Runde, also ich finde es bis jetzt schon intensiver als unsere ganzen letzten Runden. Also... Das Buch hier ist übrigens weg, ne? Dennoch. Was hast du reingelegt schon? Seit wann liegen die Segel hier? Weiß ich nicht. Schreibe in das Buch. Schreibe in das Buch. Das ist auch schon ein Geisterbox. Schreibe in das Buch bitte. Mach irgendetwas. Mal Urlaub, ne? Ich bin überflüssig. Schon längst Feierabend. So Zufall aber auch, du. Wie unser Instant-Weg immer hoch, raus, links und weg ist. Sollen wir aus dem Keller rauskommen. Ja gut, ne? Der Geisterbox haben wir jetzt umsonst nicht gebracht. Also die kann es halt nicht sein. Der zieht uns so viel Sanity ab. Ich würde echt auf Jurai tippen. Was ist denn Jurai denn für eine Option? Jurai wäre das Buch. Aber wir haben zwei Bücher unten liegen. Der hat nicht reingemaut. Ja, noch nicht. Du hast das zweite Problem erst gerade mal hingelegt, ne? Ja. Man sieht es halt hier nicht. Das ist schade. Es wäre geiler, wenn man so eine Kamera hat, die man so... Ja, nur so drehen kann. Ja, ja. Das wäre aber cool. Ich meine, die könnte man doch extra kaufen. Die wäre jetzt scheiße teuer, aber das wäre ja okay. EMF könnte es halt auch sein. Warte mal. Kann denn der andere Geist... Was war denn das? Phantom, ne? Mhm. Phantom. Mare. Ein Mare hat eine erhöhte Chance anzugreifen, wenn sie sich im Dunkeln aufhalten. Schaltet man die Lichter um ein Mare ein? Das glaube ich nicht, ne? Das wäre auch die Box, glaube ich, ne? Das wäre die Box. Das andere war ein Phantom, glaube ich. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Wir haben es nicht angeschaut. Das ging allgemein. Das Phantom... Also wir haben allgemein wenig Sanity gehabt. Also wird es wahrscheinlich eine Ju-Rei sein. Wir müssten nochmal rein und die Bücher halt kontrollieren, ne? Ja. Wollen wir nochmal Sanity nehmen und rein? Weil wir sind bei 60%, die zieht so schnell runter. Rein in das Zeug. Ach, besser. Weg das Zeug. So, auf geht's. Guck mal, da hinten fliegen Einhörner. Wo? Oh, schöne Einhörner. Da hinten. Ja, oh mein Gott. Ich sag ja, ich stimme einfach mal zu. Wird schon passen. So. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Schreib in das Buch. Oder rede mit uns. Nicht knatschen. Reden. Kommunikation. Fingerabdrücke gab's nicht mehr als Dings, ne? Äh, warte. Ich guck nach. Moment. Safety first. Äh, ne, ich glaub Fingerabdrücke... Denn schon, denn schon. Ja. Ne, Fingerabdrücke geht nicht mehr. Die Geisterbox. Das ist ja die Mare. E-M-F5. Phantom. Sie schon kommen, der fängt gleich an zu jagen. Wir klatschen einfach die Tür vom Schrank zum... Ja. Ich halte die Tür fest, ey, wenn ich in den Schrank komme, ne? Ich halte hier die Tür zu. Ach, wenn der da an zu jagen hat, wo du die Tür dann so leer machst, ne? Uuuuuh. Ach, du hältst die Tür zu? Ne, jetzt. Nein, tue ich nicht. Ich hab wieder schrocken. Weil... Binde, jetzt ein wenig zu jagen muss ich lachen, ne? Ey, mach die Tür zu. Schreibe in das Buch. Ja. Oh, warte, E-M-F. E-M-F. Ne. Ja. Was denn? Äh, 3. Ah, das ist ja 3, das ist ja nicht so gut. Mal in das Buch. Mal in das Buch. Du musst den Kopf hoch machen, Tani. Du auch, du hockst bei mir drüben drin. Komm in der Beichtkammer? Was möchtest du denn beichten? Religiöse Begriffe mag der bestimmt nicht. Achja, wir wollen doch noch was machen mit, äh, Pentagrammen und Kerzen. Stimmt. Das wird witzig. Der schmeißt Bücher rum. Der hört, der wirft doch was durch die Klinge. Der wirft die Bücher durch die Klinge oder irgendwas. Vorhin, Architekt, der Geist. Schreib in das Buch. Oh, Schreck. Oh, oh, Box. Okay, raus. Ich bin Dank, tschüss. Next, okay, Next. Ja, findet gut. Next ist immer gut. Oh, Gott, was meint der mit Next? Oh, Gott, was... Luke ist der Nächste. Ach, Manno. Luke, wenn ich Fahne krieg, wird mir Instant höher. So. Es ist die Box, überraschenderweise. Es ist Mare. Boah. Trag mal ein. Puh. Wenn Geister in meiner Nähe sind, werde ich zur weiblichen Opernsängerin. Aber das ist wie die Snickers-Werbung, ne? Wenn du hungrig wirst, wirst du lieber und so. Ist schon klar. Ach, feinlich. Das ist nicht mehr du, wenn du ängstlich bist. Wie마are, 60 Mäuser. 60 Euro nur. Achso. Ja, wir haben halt die ganzen Nebensachen nicht, ne? Wir kriegen halt nicht so viel Click mehr grade. So, ich pack mal alles rein. Ah, ja. So, da, 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 da. Ja, so greift mit der Geisterbank, die stand im Schrank. Wo ich grad so rausgehe, um zu gucken, was der so rumwirft. Sagt der so, das, und beide rennen panisch raus. Einer braucht noch eine Runde. Alles klar, das war's für mich, Tully. Dann bin ich dabei, alles klar. Eine Runde braucht Indy noch. Ich schicke euch aber schon mal die Einladungscodes einfach. Für dann später. Wann kommst du an Halloween so ein Easter Eggs mit so einem Protonenpack, womit du den Geist einfangen kannst? Das wäre voll witzig. So, eine Runde können wir noch machen. In Right View Roadhouse. Das ist irritierend. Was ist irritierend? Achso, ist er nicht da, oder? Ne. Was ist denn irritierend? Also, ich weiß nicht, wenn die Geister jetzt so krass entwickelt sind, ob das jetzt doch nicht so okay ist, wenn man die Türen zuhalten kann. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Feature. Na, ich weiß es nicht. Wenn du aber einmal das nicht richtig zuhältst, ne, und er glichst sich durch, bist du im Arsch. Boah. Muss man das auch mit der Tasse machen, womit man die Türen öffnet? Ja, mit der Maus musst du die zuhalten. Achso, es ist ja zu. Ah, es ist ja keine. Vielleicht ist es ja praktischer, wenn es so eine Tasse dafür gibt, um eine Kasse zu sehen, weil mit dieser Maus die Zeit ist schwer, ne? Ist hier jemand? Hallo? Ist jemand bei uns? Wirst du uns ein Zeichen geben? Oh, ein Knochen. Hier ist ein Knochen, wegen Foto. Im Bad. Ja, ich komme vorbei. Ich hatte gerade irgendwo 11 Grad. Ach, hier. Es ist der Deine Nebenraum. Es ist direkt der Deine Nebenraum hier. Easy. Tato, dein Mitflug. Zack. Ja. Es ist der Raum. Wie bieten die? So, schreib in das Buch. Komm gleich wieder. Wenn man sich den Raum so schnell findet, ist natürlich easy immer noch, ne? Ja, wenn du auf die Taschennahme selber kommst, geht die. Wenn du auf die Taschennahme selber wieder auswählst, dann... Wie sämmert sich das? So, ich nehme die... Ich nehme die Obkamera mit. Ich setze dich da rein. Dann kannst du deines Amtes walten. Wie? Ach Gott, ach Gott, oh Jemi. Ich habe nicht geguckt, ob auf Gruppe oder so. Hast du jetzt auch so einen komischen Strich an der Wand? Ja, hatte ich auch gerade. Mit Grafikpack. Oh Gott, ich will nicht. Ist der auf Gruppe oder alleine? Habe ich nicht geguckt. Aber wir machen ja immer auf der Leine, es wird schon funktionieren. Ey. Ich gehe mal hier rüber. Viel Glück. Machst du das? Ähm. Nee. Okay. Wer bist du? Ich guck mal, ob auf Gruppe reagiert. Ich bin jetzt am Reisen, keine blöden Jumpscares zu machen. Das reizt halt so, aber ich will den nicht. Ich guck mal, ob er auf Gruppe oder alleine reagiert. Er würde sogar auf Gruppe reagieren, okay. Er würde sogar auf Gruppe reagieren. Aber dann flottiere ich. Bin unterwegs. Ich guck mal, ob du ein Reisen. Wo bist du? Hi. Oh Gott. Schreck mich doch nicht so. Die Klacktür auf, ey. Entschuldigung. Ich hoffe, dass du das EMF hier reinschmeißt. Viel Glück. Ja, gut. Er ist erwachsen. Oh je. Kannst du ihm sagen, er soll mal ins Buch malen? Auf der Geisterbox steht jetzt auch, was er gesagt hat. Oh cool. Oh, die Tür geht wieder von selbst zu. Das ist eigentlich nicht so nix. Ja, ich hab's kaputt. Oh, das Ding aussehen. Paranoia. Hey. Guck mal, die Tür geht schon wieder zu. Hä? Von selber? Ah, jetzt nicht mehr. Da ist bestimmt Fingerabdruck drauf. Möglich. Riechst du mein Karma. Das Edgar Wallace Haus. Ja. Den Teil hast du aber das einmal gemacht. Auch Grenzwerte. Also wir haben immer, wir haben die Box. Ja. Nur die Box, ne? Ja. Ja. Nur die Box. Ich weiß nicht, ist er jetzt derhältnismäßig wenigstens, der der Tidea wegsaugt, oder? Ich kann's nicht. Wir waren ja ganz im Dunkeln. Ja, du warst ja ganz bei ihm drin. Ja, ist schon ein bisserl was, ne? Ich tue mal Salz rein. Wegen Nebenaufgaben. Bisschen Geld machen. Wenn ich selber kann, kann ich die Geisterbox austesten. Wow. Falls ich tot bin, mach die Geisterbox an. Ich glaub, das geht nicht. Das wär geil, wenn das ein Baustelle ist, wo du kannst dann mit so ner verzerrten Stimme über das Ding reden. Alter, wird das gut. Das wär richtig gut. Hallo, ihr Liebens. Reagiert der Jagdmodus auch auf den Rottaschler? Das weiß ich nicht. Ja, ja doch. Das flackert auch. Das flackert auch, wenn das der jagt. Ich guck mal, was noch für andere Nebenaufgaben. Haben wir Fingerabdrücke? Ne, ne, ne. Okay. Er ist in Salz gelatscht, schon mal. Für die Professionalität halber. Räucherstäbchen. Hast du die jetzt, oder? Die hab ich. Hey, ich brauch ein Feuerzeug. Kannst du mir das hinschmeißen? Einige Zigarette. Ja, wow. Ihr Adventsstimmung, bitte. Wow, warte. Kommst du her? Warte, halten zum Beispiel. Halten zum Beispiel. Stillhalten. Bitte auf das Feuerzeug fokussieren. Warte. Bitte schön. Oh, oh lol. Sie ist angegangen. Ne, ich hab sie angemacht. Ach, ich wusste gar nicht, dass es geht. Das geht, ja, ja. Das wird zu Karmalien. Aber sie flackert gar nicht. Sie ist einfach nur an. Ja. Elektrische... Oh, EMF, EMF, EMF. Ich kann zählen. Das sind zwei. So. Ah, ihr habt ein bisschen romantische Stimmung. Ich räuchere ihn mal aus hier. Räuchere, räuchere, räuchere. Wir vertreiben dich aus diesem Haus. Nominipatri, Patrinomidus. Oh Gott, wir machen noch nicht diesen. Dingstums. Nominipatri, Infili, Inspiridus. Hier ist die Tür angekrabbelt. Die Tür hängt jetzt angekrabbelt. Die kannst du mal angucken. Was ist angekrabbelt? Die Tür. So, du raffier sie einfach weg. Ja, vielleicht haben wir Fingerabdrücke. Oh, hat sogar von mir jetzt Fingerabdrücke. Cool. Ja, nice. Okay, es kann noch ein Spiritgespenst oder Poltergeist. EMF5 ist es nicht mehr. Geisterbox haben wir hier. Fingerabdrücke. Geisterobst können es noch sein. Wer ist ein Poltergeist? Geisterbuch kann es auch noch sein. Wer ist ein Spirit. Gefriertemperaturen wären Gespenst. Obst können wir noch gucken. Das haben wir doch gar nicht gemacht, ne? Und das Obst, dann haben wir das easy jetzt. Kamera. Wenn die Tür zumachen sollen, oder? Also ist es sehr hell. Aber warum ist es sehr hell? Die Tür zumachen vielleicht? Was, wegen der Kerze? Ja, womöglich. Ach du je. Bleib mal hier. Ich hab so meine Gedanken. Ich bin gleich hier. Wo bist du? Das war's so klar. Ich hab's gewusst. Ich hab's halt so gewusst. Was ist der Tisch? Ich hab's halt so gewusst, ne? Oh. Ist vorbei. Oh. Ähm, ja. Ja. Oh, hier. Das war, ja. Wo ist seine Leiche hin? Lol. Die Leiche. Nur eben F2. Oh. Oh. Das Tür zu. Ich will jetzt mal durchs, äh, durchs Obding gucken. Sogar, komm mit. Ich hab das irgendwie befürchtet. Was für ein Bauchgefühl. Komm, bitte zeig Orbs. Bitte. Ich will nicht nochmal da rein. Mach mal Geisterbox an. Ist die aus? Ach so. Ach so. Warte. Es geht nicht. Sogar, kannst du mich hören? Bist du hier bei mir? Leute opfern auch gut. Ich opfer, ja, keine Leute. Oh. Das wär geil. Sogar wird leider nix. Sorry. Okay, warte. Logisch. Im F5 kann's auch nicht mehr sein. Brauch ich nicht mit drauf gucken. Geisterohr ist es anscheinend nicht. Ein Geisterbuch? Er schreibt nicht rein. Also geh ich von Gefriertemperaturen aus. Aber... Oh, Alter. Nicht witzig. Gar nicht witzig. Ähm. Ich mach's mal das Kruzifix da rein. Ich guck mal, ob ich den Hinweis noch kriege. Also ich tipp... Okay, Gefriertemperaturen hätten wir schon lange gesehen. Ah, das ist ein bisschen kritisch gerade. Bitte wird nicht aktiv. Bitte wird nicht aktiv. Leute, wir haben Gefriertemperaturen. Gefriertemperaturen. Trag's mal ein. Gefriertemperaturen. Leute. Verschwindet, Dämon. So. Okay. Es ist ein Gespenst. Einmal eintragen, bitte. Du hast 10 Sekunden zum Wagen zu kommen. 8 7 6 5 4 3 2 1 3 Is er hier? Oh, Indy. Hier startet fast mal. Hallo. Es war ein grausamer Tod. Es war sehr grausamer Tod. Weißt du. Gibst du die Kerze auf? Ich sehe dich. Ich muss weglaufen. Denk mir so. Ich... Ne? Du bist um die Ecke. Ich gucke auf Wisality. Denken wir so Das geht garantiert nicht gut Ich dachte, du bist noch mal zurückgekommen Ich dachte, du bist noch mal zurückgekommen Weil du es selber gemerkt hast Weil ich dich irgendwie gehört habe, dachte ich Dann gucke ich dort, da habe ich noch mal gefragt Wo bist du? Weil ich dachte, du bist zurückgekommen Auf einmal sehe ich dich dort drinnen Wie du da eine der Kerze rumfuchtelst Das Licht der Kerze geht aus Irgendwie und auf einmal sehe ich nur Flacker, Flacker, Flacker Ich denke mir so, okay Ich weiß, was absteht Hi Indy Ich hebe die halt auf Und gehe dann So ein Schleierding Bin ich gerade Opfer genannt? Ja, das richtig Wir müssen Indy opfern, eindeutig Ach Indy, ich sag dir Man kann die Schwierigkeit einstellen Das ist halt so angenehm Ja, das habe ich gestern Habt ihr das Video Auf dem Kanal gesehen Von Fasmo Nee, leider nicht Da stellen die das Ziemlich gut vor So, ich habe alles reingeschmissen Denke ich Von meinem Staff Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich glaube, ich habe den Ich habe einen neuen Edgar Wallace Moment Wann? Jetzt? Jetzt gerade Oh, da habe ich nicht mitgekriegt Gebt die auf, aber steht das Ding Steht das Ding an der Flur Und guckt mich an Ich habe es nicht mitgekriegt Ach Mann, ich war zu weit weg Die Sache Die Sache ist halt Das stand erst vor mir Hab mich erstreckt Dann fängt die S an zu jagen Ich renne durch die halbe Bude Zocker, bist du ready? Geht Ach stimmt, da war ja Warte noch Immer hier Ist ready drücken Ready for fighting Rennen ist nicht immer die beste Option Stimmt, Tür zu halten ist die neue beste Option Hallo So, aber wieso steht denn da jetzt noch Dass man, ob der auf Single oder auf Gruppen geht Das sollte eigentlich umweg sein, ne? Das steht ja auch noch da Vielleicht stimmt das nicht Vielleicht haben sie vergessen, das rauszunehmen Ähm, doch, ich hab's gesehen Okay Weiß nicht Oh ne, nicht das vor allem raus Oh Gott, oh Gott Oh doch Ähm, ich hab Das Buch gut für den Thermometer Gut, wobei, wenn du immer Immer alleine bist, ist das eh egal Ja So, ich hab Thermometer und den Buch dabei Ähm Hab ich nicht auch einen Thermometer reingepackt? Ich hab ihn reingepackt Diesmal habe ich den Schlüssel dabei Am besten, ich mag es nächstes Mal alles rein Der Zocker Der Zocker zockt sich immer alles Ne Wieso Das ist der Name, ja Ich hab mir sogar grad extra eins gekauft Stimmt, das ist glaube ich wirklich seins Ich bin aber hundertprozentig sicher, dass ich Meins reingezahnt habe Dann wurdest du wohl Abgezockt Wow Äh, Entschuldigung Das war Du abfasst mich und machst da noch witziger Danke schön Ich hab, ich hab jemanden geopfert Das ist ein Mobbing, ich hab schon gemopft Kamerat, ich schweige dich auch Boah Komm, ein bisschen Disziplin jetzt Ich erinnere an, ich erinnere an dieses Foto mit unserem Team so Hallo Jetzt sind zwei im selben Raum mit Thermometer Das ist sehr clever Ich geh in das andere Raum Oh, ich geh in Arno Oh, ich hör steppen Ich hab einen Step gehört Wie alt bist du? Äh, hier oben in der Abstellkammer Also wenn man die Treppe hochkommt Rechts Und im letzten Raum ist der Knochen Ich hab mal Licht angemacht Wenn du ganz fix weg bist, bist du wieder da Okay Jo, okay Indy, wir müssen das mit dem Pentagramm machen Und mit den Kerzen Wenn es sogar lange genug weg ist, bauen wir die Kerzen jetzt alle um ihn rum auf Boah, so richtig creepy Und dann spawnt der Geist direkt neben ihm Jetzt werden genau alle Teddies um ihn rumkrabieren und so Oh Gott, so richtig creepy Wir, wir, wir müssten, wir müssen in die Mitte noch so, so ein Schaukelstuhl setzen Ringsrum das Salz mit dem Pentagramm Dazu die Kerzen Die Teddies ringsrum Das wär cool, wenn man Wenn man den jetzt so, ähm, durch die Gegend schubsen könnte In den anderen Raum oder so Er steht im LKW, das funktioniert nicht Okay, hier, du bist im richtigen Raum Oder? Warte mal Hier? Nee, hier, hier, hier wieder, hier Hier im Vorraum Oder ist es hier wieder? Hier im Vorraum, okay Äh, ja, ist der Vorraum Ja, 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 ja Wer bist du? Sind sie tot? Hallo? Nee, wir leben noch Du bist tot Du bist tot Schreib ins Buch Ich hol's Äh, äh Ist oben Äh, ist hier Ah, wir haben die Box Wir haben die Box Uh, aus hier Ein fusteliger Ort Ja, Holzhäuser im Wald Ne gut Ein Messer ist schon richtig unheimlich Können wir bauen Holzhäuser im Wald Beste Idee Beste Idee So, ähm Obkamera oben? Äh, nee Ich setze jetzt die Obkamera hoch So Ich bring Obkamera mit Eben Eben Er fliegt schon oben Und wir haben die Geisterbox Jop Perfekt Ihr könnt ja mal nach Obst gucken Wenn ich sie aufgestellt Äh Naja, ich bin sowieso im LKW Kamera steht und ist an Welcher Raum? Äh, hier direkt Hier Das ist wieder hier So Naja, das steht gut Ich kann auch nichts sehen Ich hol mal nach Zeug Ah, ich seh den Socker da oben Naja Hatten wir jetzt noch was anderes Außer der Box? Ne Äh, nee Ich glaube nicht Doch, ich glaube wir haben Äh, Orbs Ja Ich hab den Orbs Ähm, wenn man jetzt auf dem Bildschirm guckt In der oberen linken Ecke War ganz kurz was zu sehen Hinter dem Schrank quasi Mh Und du meinst du hier Wie die Kamera selber steht Eher, eher Genau Soll ich die mal umdrehen? Also eigentlich eher Ich stell sie mir in die andere Heizung Ich stell sie mir in die andere Heizung Da drüben Ja Wie kann das sein, dass Zocker am meisten Sennet hier Das ist halt so nicht möglich Alter Oh, das war gerade echt close Ich hab, ich hab nicht Ich hab ja die Stimme erkannt Darum hab ich mich nicht erschrocken Ich war kurz so Und dann Ach nee, bist ja du Oh, Gott Ich war echt kurz davor Dass du mich jetzt damit gekriegt hättest Ich hab deine Stimme halt erkannt Wundervoll Wundervoll Bestimmt Fingerabdrücke gibt es auf jeden Fall nicht Indy-Test mal Ja, wir haben Orbs Perfekt Nice Was könnte es noch sein? Ja Poltergeist Gin oder Mare Für den Poltergeist brauchen wir Fingerabdrücke Für den Gin brauchen wir EMF Und für den Mare brauchen wir noch die Temperatur Dann werden wir mal alle Türen wieder oben zu machen Würde ich sagen Oh, Nase krabbelt Was haben wir für Nebenaufgaben Ich verstreue mal ein bisschen Salz in der Wunde Salz Und Räucherstäbchen Ich mach gleich mal das Salz 60% ist noch okay Mit F mehr anzünden Wir müssten die Wir müssten die ganzen Wenn du das Feuerzeug im Inventar hast Brauchst du dann Du das F drücken Und dann hast du es automatisch an Hat jetzt einer auch schon ein Räucherstäbchen? Äh, zocker hat welche mit So, erst mal meinen Duden aufnehmen Und meine Bibel aufschlagen So, mal Oh, da wollen wir mal Nice zu machen hier Wandel mal um hier Du machst auch nicht mehr Ich hab mal um die Türen zugemacht In der Hoffnung, dass er vielleicht Da was angrabbelt Oh Gott, ist nicht verschärft Ah, Mama, ich bin raus hier Ich glaub, ich hab ihn gerade gehört Ich hab ihn, glaub ich, gerade gehört Sie haben Post Bist du sicher? Ich glaub ja, das war mein Handy Ja, das haben wir auch gehört Nee, war was anderes Handy macht kein Herzschlaggeräusch Ja, nee, nee, hier war gerade Ich hab auch gerade irgendwas mitgekriegt Irgendwas war auf der Treppe Boah Boah Safe in the house Hey, hey Kennt ihr, Andy? Ja, wenn ich jetzt reingehe Warte Bis, bis Habt ihr noch den Knochen oben fotografiert? Äh, nee, ich noch nicht Nach einem Witcherbrett geguckt? Nee, kann ich gleich noch machen Jagd in 3, 2, 1 Schade Wär ein bisschen witzig gewesen Wär minimal witzig Ist in die, in die Seilen drin Okay, in die hat noch Ich hab bloß 50, ca. 70 Ja, so, okay Alles im Rahmen Vielleicht hab ich mich psychisch zerstört Was, was, was hat ich psychisch zerstört? Das Update Aber, also, es sind nur, es sind nur so kleine Details Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht Ein bisschen Ja Also, minimal Aber schon Ziemlich großen Ähm 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 Also, oben hat jetzt noch niemand geguckt, oder was Nach Knochen und Witcherbrett Doch, der Knochen, äh, Knochen ist erledigt Okay Unten hab ich rumgeguckt, da hab ich kein Witcherbrett gefunden Na, dann haben wir auch keins Uns fehlt immer noch ein, was, ne? Ähm Gefriertemperaturen EMF Und Fingerabdrücke Hat er gerade über das Licht ausgemacht? Er hat das Licht ausgemacht und mir in den Nacken geatmet, ja Er hat in den Nacken geatmet Ich geh jetzt mal nach meiner Sanity gucken Äh, ja, du brauchst Pillen Er hat keine Tür angegrabbelt Hallo, Bild Oh, es geht noch, ähm, 50 Äh, du, Tani, hat 90 Oh, der läuft hier Natürlich läuft er hier Der ist halt hier, ne? Gib uns ein Zeichen Zeige dich uns Bitte nicht jagen, nur zeigen Nur Hallo sagen, mir nicht Wo bist du? Ist das, Alter Ist das düsterer? Kann das sein, dass es irgendwie düsterer ist, irgendwie? Keine Ahnung, lichtmäßig? Die Nebenaufgaben sind alle er... Ja, wir müssen ja irgendwie triggern Uns fehlt ein Hinweis Der macht nix da oben Der macht halt null Wir brauchen einen Hinweis Wie war der Name? Moment Oh, Tani John, John John Martin Ah, Martin, okay Es war... Schon zieht an der Box, wenn's um, wenn er uns zieht John Martin Moment, was war noch jetzt alles? Ich bin schon bei 70, okay Er zieht schon gut Sanity Es war halt Gefriertemperaturen Fingerabdrücke Und... EMF kann's sein, glaub ich Ja Also Sea of Thieves Ähm, Poltergeist Fingerabdrücke Gin Sea of Thieves ist wesentlich ruhiger EMF Und... Wenn ich an die letzte Runde denke Die sind ein bisschen brutaler Wenn ich an die letzte Runde denke Ist halt schwierig Ich... Dani, wir kaufen die für den Ruderboden Motor Das ist ja cool Wuuuuh Dann hüpfen über die Wellen Hast du... Okay, Schwarzlicht haben wir dabei So, ich lade schon mit dem EMF-Ding rum Hallo, wir sind wieder da Ich nicht Bist du hier? Gib uns ein Zeichen Oh, Alter, ist der doch nicht in mir Nee, ich glaub nicht Aber ich weiß es nicht Kannst du mal ausprobieren Ich... Niemand auch den Bewegungsmelder Fotografiert hat Als der aktiviert war Das soll auch... Oh, Schritt Gib... Das Schritt ist eine neue Kategorie Gib uns ein Zeichen EMF-Ausschlag Irgendwas, bitte Irgendwas Nützliches Ja gut, ne Wir warten Mit den liebsten jetzt unter Sofakribbeln Ey... Ey, ihr lasst mir... Ey, das trifft sich dein Ernst, oder? Oh, komm, schau mal Wie er kommt mit Tarnow's um die Ecke geht Scheiße, geil Wie er kommt mit Tarnow's um die Ecke geht Oh mein Gott Ah, ich bin... Entschuldigung Könnt ich wieder stehen Ich hoffe, der Geist spuckt dir ins Gesicht oder so. John Martin, willst du Zocker fressen? Nee, diesmal nicht. Vielleicht fängt er einfach so an, wenn du anknappst, du bist für mich tot. Könnte passieren. Was so cool wäre, wenn man es sich über das Geländer schmeißen könnte. Ja, wow, hier, hier runter. John Martin. Ich bleib hier auf dem Mittelstand, ich mach gar nichts. Johnny, bist du da? Hier kommt Johnny. Ja, aber das wollte ich noch. Ich bin nach dem Pädophilen, anderer war nicht nach dem Geist. Ich brauche irgendwie nur noch eine Axt oder eine Tür, die er kaputt machen kann. Ach, Mann. Ja, ich hab so warm, äh, ja, haha, ich hab Kräfte. Ah, okay. Halt, der reißt die Tür aus den Angeln, wups. Ja, ja. Sorry, warte mal kurz. Es fehlt immer noch ein Hinweis. Ich hab den, ich hab den, ich hab den, ich hab den perfekt. Ich hab den perfekten Trick, um die Geister, äh, um das Haus, um das Haus zu verlassen während der Geist jagt. Wir bauen einfach die Tür aus, wenn wir in das Haus gehen. Tadaaa! Das ist eigentlich die, ist eigentlich die Lösung, ne? Die Tür einfach kurz aushängen, derweiler. Also ich hab in letzter Zeit so viele, ähm, Filme gesehen, ähm, das funktioniert nicht. Tür aushängt? Selbst wenn die mal auf die Idee gekommen sind, die Tür auszubauen, dann war die hinterher wieder drin. Boah, stell dir vor, da baut das irgendwann ein, dass der dich in so eine Art Paralleldimension zieht. Wenn er sich auf einen eingeschossen hat, dass du da irgendwie in einem langen Gang bist und nicht mehr weg kannst. Und dann müssen die anderen dich rausholen. ALEEEE! Alter, wär das richtig, das wär genial. Ach, genial, Ulrich. Gottverrohr, ja. Ja. Also wir haben, uns fehlt immer noch ein Hinweis, ne? Ich muss es leider sagen. Ich werd auch immer mit Schwarzlicht versuchen, am besten. Ja. Er hat ja einmal Licht ausgemacht. Aber die einzigsten Lichtschalter, die in dem Bereich sind, da war nix bei. EMF könnt ihr mal rumlaufen oben, wenn ihr wollt. Das wär auch noch ne Möglichkeit. Und Kriot. Hatt ich auch schon mal. Hatt ihr mit dem Thermometer noch rumlaufen? Na, hab ich schon alles schonmal nochmal. Blub, ich bin enttäuscht von dir. Bitte? Seid ihr mitten, mitten, ähm... Temperatur war 3,9. Blub macht sich jetzt auch schon über mich lustig. Schade über euch. Was, wieso, wo? Was? Ne, wo denn? Ihr guckt auf Discord. Jetzt muss ich Discord gucken, warte. Machst du nur das Handy. Safety first. Oh, Mann, ey. Ähm... Ich muss kurz... Discord checken. Moment. Hä? Oh Gott, er hat was im Hals. Und auch... Indy, alles gut mit dir? Das war... 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 Das war so... Weißt du... Du hast... Du hast... Aus dem Kilometer gemerkt... So... Schau, schau, beim ersten Röpsel... Das ist Fake. Das war... Das war so... Äh... Da musst du dran üben. Da brauchst du... Da brauchst du schon mehr, um mich dran zu kriegen. Am Arsch. Das hab ich gesehen. Was denn? Mhm. Ich hab nix gemacht. Nö, nö. Tschüss. Mhm, tschüss. Also, ich seh leider nirgends so irgendwie Fingerabdrücke. Also, EMF geht gar nicht. Nee. Der... Der macht aber... Der... Der macht aber übelst wenig. Der zieht plus unsere Sanity runter. Der macht halt auch kaum was grade. Bist du unten schon mal rumgelaufen wegen Fingerabdrücken? Oh... Ja. Der kriegt... Der kriegt... Der nutzt uns als so ne... ... als so ne Powerbank, weißt du? Mhm, ja, ja. Bitte? Die... Die Schalter hab ich schon angeguckt. Ich guck jetzt mal unten rum. Hier oben... Ich seh, ich find ich irgendwie nix. Phantom. Mhm. Er wird es sich ja trotzdem mal zeigen. Ja. Jetzt wird er zum zweiten Mal gekluckt. Ähm, ich glaub jemand hat's erwischt. Indy, nein! Ich hätt die Tür auflassen. Nein! Nein! Wow! Hast du ihm... Nein! 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 Hast du... Hast du ihm... Indy! Nein! Indy! Nein! Ich dachte dir gibt's zwei Türen. Du hast ihm die Tür von der Nase zugeschlagen? Warst du nicht gemacht, oder? Du bist schuld! Du hast ihn geopfert! Was ich? Einer nicht du! Nee! Einer nicht du hast ihn geopfert! Guck mal! Du hast... Indy! 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 Gib mir... Gib uns ein Zeichen! Bin ich schuld? Einmal Flasche schmeißen! Du bleibst hier! Zweimal Flasche schmeißen! Ich hab alles schuld! Indy! Bitte! Du hättest mir sagen müssen, lass die Tür für Indy offen! Ich will... Ja! Aber beim nächsten Mal sag ich, du musst aus dem Fenster... Alter, komm mir die Dose entgegen! Indy! Wirf zweimal die Dose auf den Boden, wenn du mir rechts gibst! Wirf... 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 Wirf einmal, dass du mir rechts gibst! Dass Zocker schuld ist! Einmal! Haha! Du bist sowas von schuldig! Er hat doch gar nicht angefangen zu werfen! Doch, 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 doch! Hier Flasche! Hier die Flasche! Er hat sie geworfen! Du bist sowas von schuldig! Einmal! Du bist sowas von schuldig! Hä? Hä? Einmal! Zweimal! Nein! 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 Das war ein... Du bist... So, Beweisfoto für die Polizei! Du hast ihn umgebracht! Hast du ein Foto von Indy gemacht? Ja! Und von dir! Ich will hier raus hier! Warum?! Der jagt! Der jagt doch gar nicht! Der jagt doch gar nicht! Der... Nicht! Oh, Schweingabschild! Ich bin sogar bei Indy entschuldet! Ich hatte grad... Ich hatte grad zu Angst, ne? Es hat zugeht die Türe von mir! Ey, wie hätt' du auch mal was sagen können! Läuft da so rum und vermisst! Guck' ich auch was steht da vor meiner Tür! Ja, 33, 12 Prozent! Oh, Mann, Ruhe Frieden! Ja, geil, ne? Ja, gut! Uns fehlt immer noch ein Hinweis! Gernbein? Ja, wir... Ich weiß nicht! Wir können noch... Geh da nicht mal rein! Ich hätt' ihr nicht auf dem Gewissen der Geist! Wir haben wohl keine Dings mehr, ne? Also Polter... Also... Fingerabdrücke glaube ich nicht! Das Buch... Gar nicht mehr sein! Gefrierttemperaturen... Ja, das zieht krass Sanity weg, ne? Aber EMF war gar kein Ausstand! Er... Er spielt aber nicht mit dem Licht, ne? Er spielt gar nicht mit dem Licht, oder? Könnt' mich jetzt auch... Könnt' mich jetzt auch noch für dich opfern! Wow! Ne! Ne! Ich hab' ein Foto, das muss jetzt sitzen! Du bleibst draußen! Wenn du jetzt stirbst, bin ich wieder schuld! Bleib draußen! Michael, hi! Ach, der stimmt schon wieder hier! Hallo! Ach! 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 was denn? Hallo? Oh, krass! Es gibt besonder Zeitschrift! Also gefrierttemperaturen ist es glaube ich nicht! Okay. Okay. Ich habe dir sogar angeboten, bei mir reinzukommen. Ja, ich hätte Angst, dass du über die Tür von der Nase zuschlägst, weißt du, so hier. Ich bin zu sauber auf mich. Okay, wir haben keinen blassen Schimmer. Muss ich heute den LKW sauber machen? Ja, du musst den LKW sauber machen. Und die Kotze von innen wegräumen. So. Die Kotze? Ja, in der Ecke. Der war schlecht vor uns. Ah, wusste, dass du ihn opfern wirst. Okay, ich habe gar keine Ahnung. Also, die Friertemperaturen glaube ich nicht. Buch geht nicht. Äh, ist der Supreme. Hi. Hi, hi. Finger ab... Es tut mir so leid, aber es war Tani schuld. Jetzt bin ich mit der Schuld. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, warte. Also. Er hat jetzt unten definitiv... Du hast so viel Leben auf dem Gewissen. Er hat... Boah, halt eine... Okay, warte. Indy, das mache ich jetzt für dich. Indy, das ist jetzt für dich. Er hat unten definitiv eine Tür angekrabbelt. Ich gucke mir jetzt an, ob da Fingerabdrücke an der Tür sind. Für Indy. Oh, scheiße. Du gehst jetzt nicht alleine rein. Hallo, du bleibst jetzt hier, wenn du dich jetzt aufpasst, ne? Mach ich nicht. Ich will... Oh, Alter. Sorry. Er hat hier definitiv was angekrabbelt. Er hat hier doch definitiv... Er muss hier was angekrabbelt haben. Nächstes Mal kommst du mit bei mir in den Raum. Ich lasse dir auch die Tür offen. Okay. Wir haben ein Problem. Es sind keine Finger. Wir brauchen... Indy, bist du bei uns? Ey, hoffentlich fängt der Geist nicht an zu schreien, wenn er in der Tür krabbelt. Da bin ich nicht. Alter Fioter, zack, gehört dir. Dann zeige ich dir. Oh nein, wir haben kein... Wir haben kein Feuerzeug mehr. Nö. Ich wollte... Wir müssen doch noch ein Feuerzeug haben. Nein, leider nicht. Ich wollte hier... Doch, warte. Ich hab doch noch eins, oder? Ich muss eigentlich noch eins haben. Wie ist das neue Update so? Das neue Update ist echt... Das ist echt gut. Hast du ein Feuerzeug? Oh nein, das war eine Dose, die Indy da geworfen hat. Ah. Nee, ich hab anschein doch kein Feuerzeug. Indy, auf was wollen wir gambeln? Da kenn ich noch mal rein. Fingerabdrücke ist irgendwie useless. EMF5 gab es da nicht mal aus. Es wäre ein Gin. Hat der mit dem Licht gespielt? Nee, der hat gar nicht mit dem Licht gespielt, oder? Doch, der hat doch mit Licht gespielt. Doch. Hat er mit Licht gespielt? Im Flur... Im Flur manchmal die... Indy? Hat er mit Licht gespielt? Einmal ja, zweimal nein? Das war einmal. Er hat also mit Licht gespielt. Bist du sicher? Sicher? Einmal ja, zweimal nein? Einmal. Eins. Okay, ja. Dann gamble mal auf Gin, also EMF5. Dann haben wir das einfach nur nicht gesehen. Indy, nochmal hier. Safety first. EMF5 eintragen. Gin. Alter. Also alle Kategorien außer... Was ist nochmal Gin? Also welche Kategorie ist Gin? Äh, Gin? Wie... Was meinst du? Also... Welche... Welche... Beweiskategorie... Geisterbox, Geisterorb, EMF5. Das ist... EMF5. Noch mit... Ja, wir hätten noch mit... EMF unten hinrennen... Lange rennen müssen. Handy fällt auf... Naja. Also... Es ist... Es ist sehr cool. Es sind nur Details, aber sie fallen auf, finde ich. Ich finde, sie fallen halt echt auf. Aber... Spielst du vielleicht irgendwann mal Eco wieder? Ich hätte schon mal Bock, wieder neue Eco-Staffel so... Ein Gin. War doch ein Gin. Okay. Boah, ei, ei, ei. Richtig. Aber wieso ist der bei der ersten Jagd direkt auf mich losgegangen? Ich habe ja die zweite Tür noch zugemacht. Und bei der zweiten Jagd... Der ist die Treppe runter, Treppe rauf. In den hinteren Raum, Treppe runter, Treppe rauf. Treppe runter, zu den Waschmaschinen... Ich dachte, er rennt wieder... Der ist durchs ganze Haus gerannt, nur nicht da, wo ihr wart. Irgendwer hat ein Foto gemacht. Aber das kann das sein bei der... Ach, ich glaube... Ich glaube, es hat sogar ein Foto gemacht. Ich habe kein Zimmer. Ich habe es nur einmal blitzen sehen. Ich bin dem die ganze Zeit hinterher gerannt. Aber komm, Indy, Zocker hat dich geopfert. Das war nicht ich, oder? Nee. Ich weiß nicht, habt ihr denn die eine Tür zugemacht? Ha! Ich habe gar nichts. Ich war nicht mal bei euch. Ich war woanders. Alles gut, Indy, alles gut. Nein! Aber der war... Nee, der war direkt hinter mir. Also ich glaube, ich habe ja die eine Tür geschlossen. Ja, kann sein. Aber Zocker hat doch... Ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo du warst. Zocker hat doch... Ich bin durch die... Du hast ja einmal die Tür vom Wohnzimmer. Aha. Da seid ihr durch. Und ich bin durch die Tür... Durchs Esszimmer praktisch. Links von der Eingangstür reingekommen. Eben. Eben. Ja, dann... Ja. Und hinten... Du wolltest doch dann in diesen Hinterraum gehen. Hinter der Küche, oder? Ich... Ja, wolltest du. Aber da war der... Nee. Nee, da war ich nicht. Da war nur Zocker. Der Arbeitser hat aber nicht geoffert. Da habe ich schon... Ich habe mich versucht hinter der... Arbeitsplatz zu verstecken, weil ich direkt die Schritte hinter mir gehört habe. Ha! Er wollte nicht in meinen Raum. Hab richtig gekriegt, Tadi. Ach, ich bin voll. Guck mal. Dein... Weißt du? Dein... Dein Kollege. Dein Kumpel. Dein Kollege sitzt vor dem Zimmer, weißt du? Und du weißt genau, der Geist schlachtet ihn jetzt ab. Und du sagst nicht, komm schnell rein hier. Ja, du hast dir über die Tür zugemacht. Das... Das ist verwerflich, ja? Ja, genau. Also das ist ja noch... Das ist ja noch das nächste, wenn man die Tür zuhalten kann, ne? Ja. Wovon... Also ich habe da nichts von gehört. Ich bin mir nicht... Aber... Aber dann stehst du vor der Tür und Zocker steht drin und hält die Tür und... Und du lass mich rein und Zocker, nein, bleib draußen, lass mich rein, bleib draußen. Genau so habe ich das gehört. Und dann... Und dann hört man nur noch so... Ich habe aber sogar noch ganz letztlich gesagt, komm rein, aber du hast das nicht mehr gehört. Also ich... Ich habe ja woanders gehört. Ganz woanders. Ich habe genau das gehört. Hi, Blub. Äh... Man muss Prioritäten setzen, wenn der eine nicht hört, muss man für sich selbst sorgen. Wow. Wow. Besser, weil sie fressen Indy als dich, ja? Ich habe mich schon genug geopfert für dich, Tani. Was? Ich liebe Basketball spielen. Ne, ich suche meine neue Crew hier. Das ist wirklich, also... Oh, Blub ist wieder weg, Alter. Wir konnten ihn nicht hören. Ja, ey. Wir konnten ihn nicht hören. Ach ja. Dieses scheiß Gebauens mit den Basketbällen, ne? Das triggert mich. Ich sage euch das. Das ist ein Fall für Richterin... äh... Barbara Salisch. Ja. Ja. Anklage, ja. Alexander Salisch. Ist das nicht Alexander Hoyt gewesen? Und Barbara Salisch? Ne, ich... Ne... Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Äh... Zocker... Der Zocker schmeißt hier immer durcheinander. Ah, ja, 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 ja. Ja, mein Hirn funktioniert schon lange nicht mehr so, wie es sollte. Ach Gott. Herrlich. Die Runde war gut. Die Runde war jetzt aufräumt, die Runde. Die Runde, die Runde war gut, ne? Jetzt muss man bloß warten, bis... Dings wieder da ist. Guck mal, was haben wir denn für eine Mission? Tanglewood Street auf Profi Anfängerhaus. Ein einziger. Ah, komm. Das kriegen wir zu viert, denke ich hin. Wir sind zwar eine Chaos-Truppe, aber das wird schon. Mikro geht nicht. Die Chaos-Truppe ist ein bisschen untertrieben. Einfach mal neu starten. Irgendeiner stirbt bei uns irgendwie immer. Meistens ich aber... Du oder Indy. Wir sind aber auch mal die Guten. Und selten mal, Blub. Lustigweise sterb ich halt kaum. Ist aber auch schon gestorben, oder? Ja, aber nicht oft. Zweimal vielleicht? Im Verhältnis zu euch, also... Ja, weißt du warum? Du, opferst uns. Nee, nee. Weißt du, weißt du, wann das liegt? Skill. Tani, noch nicht bereit drücken. Wir brauchen auch Indy. Was soll das denn jetzt heißen? Wirklich, ich hab das nur in den Raum gestellt, was du darin interpretierst. Bitte was? Ich hab grad nicht richtig zugehört. Alles klar, wir opfern Tani. Die hat wohl genug Skill. Die gibt uns was ab. Die droppt bestimmt Skill, wenn die stirbt. Ja, ist leider alle. Die Tüten sind leider vergriffen. Es gibt noch ein paar Tüten mit Leid, aber ansonsten hab ich nichts mehr. Ich kaufe bestimmt auf Ebay für 3€ die Skilltüten. Eine Tüte leckeres Skill. Ich könnte jetzt so viele böse Sprüche bringen. Oho. Oho. Hey, die- die Skilltüten sind leider alle gewesen. Ich glaub, die haben ein paarии gekauft, die wollten Fortnite spielen irgendwie. Hm. Gibt's- gibt's aber auch neuerdings auch in Dosen. Oh wirklich? Skill in Dosen. Zum Sprühen! Auf das Essen! Ja, so, was ist so wie, 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 Sprühsahne? Bah! Martani, ich glaube, das Weihnachtsgeschenk kommt nie, nie an. Ich, ich fürchte, dass du es mir geschickt hast, sogar, ist halt echt weg. Also, das kommt echt nicht mehr an, ich glaube es nicht. Das hat sich irgendjemand in den Ohrnagelrissen umgeklaut, eiskalm. Das ist echt traurig. Also, ich kann ja vom Glück reden, dass ich dafür jetzt nicht so wirklich Geld ausgegeben habe, ne? Das war ja schon bei mir. Ja, aber du hast ja irgendwann wahrscheinlich dafür Geld ausgegeben, oder nicht? Oder hast du es geschenkt bekommen? Ist das schon längst wieder eingenommen worden, das Geld? Au! Alter, ich hasse diese Basketbälle mittlerweile, ne? Da ist eins, Blub! Ich kann es ja mal ein zweites Mal versuchen, nur dann soll ich mich noch schreiben vor, die Elektronik. Das, äh, nein, das war vielleicht ein Fehler. Blub! Hey, what the fuck? Wieso, hört er? Wollen wir mal die Lobby neu starten? Blub, äh, hört uns irgendwie nicht. Ähm, komm, mach... Lass mal kurz Lobby neu starten. Spielen. Ich höre euch. Lass mal eine neue Lobby machen. Neue Lobby. Das buggt manchmal. Ähm, was haben wir denn? Playstyle Farmhouse fängt ja geil an. Ja, komm, mach mal das. Off, Profi. Ah, Sekunde, Sekunde, ich bin sofort da. Ich muss so kurz den Stream wieder muten. Na ja, ja, alles gut. Da fragst du mal, wenn es das hier rein ist. Also ich muss ja sagen... Indie! Geiste ja... Ähm... Ja? Äh... Indie? Ich will ja nichts sagen, ob du sitzt. Ja, man sieht deine... Deinen Mund, deine Augen und dein... Du, du musst deine Augen... Augenäpfel mal waschen. Die sind braun hinten dran. Deine auch. Das sehe ich nicht so. Die habe ich jetzt erst gewaschen. Wenn du das bist, ich weiß nicht. Ne, ich glaube, das ist Zocker. Ha! Ich stand weiter hinten. Das bin ich nicht. Achso, ne. Das... Ich bin... Ich bin sauber, ja? Guck mal, guck mal. Hast du auf Englisch gestellt, eventuell? Hat sich's umgestellt, eventuell? Dass es auf Englisch ist oder irgendwas? Oder wie kling ich bin. Oder sag mal den Satz auf Englisch. Das kann auch manchmal sein. Ich habe es rumprobiert. Das ist manchmal ein bisschen... Wer kennt das Spiel ja nicht als seit gestern? Ja, diese Beta-Version scheint ja schon länger draußen zu sein, ne? Es gab gestern noch mal ein Update von 100 MB, glaube ich. Oder heute? Gestern und vorgestern gab es zwei kleine. Au! War da nicht so ein 100 MB-Update gestern oder so? Ja. Nee, so groß macht's nur. Ich hörst du aus dem Ding rausgehen und ich so, da ist doch jemand drin. Ich wünsche meinen Hälsohn, ich will mich hier hinsetzen. Aber ich muss noch was sagen, ich habe jetzt einige Videos schon gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Cheats oder irgendeine Scheiße gemacht ist. Aber es gibt welche, die glitchen sich halt auch auf so Möbel und alles hoch. Zum Beispiel in dem Anfängerhaus, ne? In Tanglewood Street. Da gibt's doch diese Küche, wo du ringsherum laufen kannst um die zentrale Küchenleiste quasi. Ja. Ich habe Videos gesehen, wie die hinten auf dem kompletten Teil draufstanden. Und der Geist kam halt näher an die ran. Wie kommen die da hoch? Hm. Das könntest du in der alten Version konntest du ja auf dem Bett machen. Dann konntest du auf dem Bett klettern. Ja, aber da bist du ja irgendwie über so eine Kante, so eine Ecke gelaufen. Also sagen wir mal, hier war so eine kleine Kante, da bist du drauf gekommen. Jemand eine Idee? So eine Rampe praktisch. Blub, kann... Es ist wohl alles wie bisher eingestellt, aber es erkennt es nicht. Er hört uns auch. Discord oder Teamspeak offen? Das ist möglich. Discord oder Teamspeak offen, Blub? Oh, jetzt sind wir da. Discord, Teamspeak, irgend sowas offen im Hintergrund vielleicht? Ja, stimmt. Das war mal ein Problem. Discord ist mal ein Problem. Aber eigentlich nicht mehr. Ich habe da auch schon ewig nicht mehr drauf geachtet. Ich habe Discord nicht mehr drauf geachtet. Ja. Auf Englisch, wenn es da auch nicht geht. Boah, wir hatten die Probleme halt ewig nicht. Geht das Mikro denn... Sollen wir einmal auf Discord gucken, ob das Mikrofon da geht oder auf Teamspeak? Wenn er das will, können wir machen. Ob es generell geht. Ja, ja, ja. Wir haben vor uns noch was aufgenommen, also es sollte gehen. Also vor uns ging es noch. Achso, okay. Nee, dann, nee, dann, okay. Dann, äh. LOL. Aber was? Achso, stimmt. Man kann ja zwei, zwei Sachen aufheben. Das ist natürlich jetzt schade, ne? Da sind wir bloß zu dritt. Ähm. LOL. Ich weiß, wer noch... Indy? Weißt du, wer letztens auch Fasmo gestartet hat, was ich gesehen habe, wer Fasmo angemacht hat? Der Alt-Miral-Roth hat letztens Fasmo gestartet. Ich habe es genau gesehen. Ja, ähm... Ach, der mit der kassen Stimme? Ja. Ja. Der Wrestler. Der alle wegklarscht. Ähm... Scheiße. Das ist echt schade. Was waren das für Probleme am Anfang? Hm. Ich weiß nicht, wie die Probleme am Anfang... Man sieht dich voll. Du guckst da raus. Nein. Doch. Du hast so große Füße. Und einen großen Kopf. Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal eine Runde so machen. Mal gucken. Vielleicht fällt uns ja was ein. Das sind gerade die kleinsten Füße. Wir machen doch das... Hä, das ist doch nicht Street House. Impact. Achso. Dann macht mal ready. Guck mal. Hab ich denn jetzt noch was eingepackt? Ach, da ist eine Folie drauf hier. Hm? Ich habe alles reingepackt. Ich auch. Ja, doch. Ja. Ah, mehr geht nicht rein. Haben wir denn jetzt auch drei Thermometer? Wobei, boah. Siehste? Sind nämlich wieder nur zwei Thermometer drin. Ich habe meinen reingetan. Geht doch Thermometer drin.